Ich freue mich besonders, heute wieder nach einem Jahr hier in der alten Münze in Berlin zu sein mit Land Rover und vor allem Range Rover als Produkt. Zusammen mit Herrn Kofler von Prédardiné in einer coolen, hippen Location, wie man heute sagt, mit einem ganz tollen Esprit. Wir begeistern unsere Kunden, wir faszinieren unsere Kunden mit unserer Marke. Genauso das macht auch Herr Kofler mit seinem Konzept. Ich freue mich, dass wir sehr viele prominente Gäste heute hier haben und dass wir zusammen einen wunderbaren Abend verleben. Und wir wollen das Projekt weiter treiben im zweiten Jahr durch Deutschland. Wir touren, wir kriegen genau diese Markenpräsenz zusammen hier in den großen Hauptstädten Deutschlands. Und wir werden entsprechend für Land Rover und für Range Rover den richtigen Auftritt mit Herrn Kofler zusammen packen. Wir fahren jetzt an den Weg, wir werden hier in der Stadt Kofler zusammen mit Kinderkofler. Wir brauchen diese Markenpräsenz. Wir haben eine neue Kamenpräse der Kultur. Wir brauchen die Stärke-Line-Kofler-Kofler-Kofler-Kofler-Kofler. Wir brauchen die